Wieder vertrauen. Ich betone wieder vertrauen. Du hattest einst mal schon mal vertraut und das Vertrauen wurde vielleicht gebrochen. Du hast jemand vertraut oder irgendetwas vertraut und es ist nicht gelungen. Und Achtung, das ist ganz typisch für unser Leben, dass wir vertrauen, dass wir geradezu Vertrauen schenken und ich halte von diesem Ausdruck Vertrauen schenken sehr viel, weil oft bleibt uns nichts anderes übrig, als jemandem das Vertrauen zu schenken. Das bedeutet ja nicht, dass wir sorgsam sind, dass wir es beobachten, dass wir den Menschen beobachten, dass wir ihn einschätzen, dass wir ihn in dem Sinne natürlich dann bewerten und dann sagen und uns entscheiden, okay, dem vertraue ich oder dem vertraue ich nicht. Aber letztendlich oder summa summarum bleibt uns oft nichts weiter, als Vertrauen zu schenken. Das heißt, den Mut zu haben, etwas loszulassen, nämlich unsere Befürchtung loszulassen, unsere Einstellungen, unser Wissen loszulassen, also das, was wir immer wieder taxieren, um uns entscheiden zu können und letztendlich den Mut zu haben. Und Mut bedeutet immer auch, ein Risiko einzugehen oder sich dessen bewusst zu sein, dass es eben jetzt einen Durchbruch braucht, geradezu eine Brücke braucht, um etwas, was wir typischerweise nicht tun, ermöglichen zu können, also wirklich etwas zu wagen im Leben. Und genau darum geht es auch bei diesem Begriff Widervertrauen. Widervertrauen bedeutet, ich schenke nochmal Vertrauen. Und in der Folge nochmal Vertrauen, wie lange das auch immer sein mag in der Sequenz, das Vertrauen zu schenken. Und irgendwann mal ist natürlich dann eine Konsequenz da, wenn ich merke, ich habe Vertrauen geschenkt nochmal und es ist etwas sehr Bedeutsames, das ich zum Beispiel der Person gegenüber getan habe. Ich habe ihr nochmal eine Chance gegeben oder ich habe den Dingen nochmal eine Chance gegeben, zum Beispiel einer Prüfung, die ich vormals nicht bestanden habe. Und dann habe ich es nochmal probiert und vielleicht nochmal probiert und habe das also einige Male gemacht und immer wieder Vertrauen in die Situation hineingegeben. Und oft ist es dann eben auch so, dass sich das Vertrauen gelohnt hat. Gemäß dem Grundsatz, den wir in der Verhaltenstherapie haben, Try, 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 Try und Error. Wir versuchen etwas, funktioniert. Wir versuchen etwas, funktioniert nicht. Wir versuchen etwas, es funktioniert nicht. Wir versuchen etwas und es funktioniert tatsächlich wieder nicht, wieder aller Voraussicht, wieder aller Möglichkeit, wieder aller Kalkulation und dann beim nächsten Mal funktioniert. Das ist genau das gleiche Prinzip. Vertrauen, probieren, erfahren, bedeutet immer wieder aufzustehen, immer wieder den Mut zu haben und damit die Überwindung zu haben, das Potenzial, das unerschöpflich geradezu in uns ist, als Menschen, um etwas eben zu bewirken, etwas zu tun, irgendwo hinzugehen, mit jemandem zu sein, was auch immer das ist. Das heißt, wieder Vertrauen, bedeutet sich nicht entmutigen lassen, trotz vielleicht krasser Perioden, Zeitperioden, wo du immer wieder bemerkst, dass das Vertrauen nicht gelungen ist, dass ein Mensch immer wieder das Vertrauen missbraucht hat. Und Achtung, an dieser Stelle kommt natürlich noch hinzu, dass wenn du nicht wirklich vertraust und misstrauisch bist, argwöhnisch oder vielleicht sogar paranoid oder präparanoid, also dem nicht glaubst, das ist ja so ein Kern der Paranoia, des Wahns, nicht zu vertrauen, Misstrauen zu haben, letztendlich, dann führt das dazu, wenn du dieses Misstrauen in dir hegst und in dir pflegst und immer wieder drauf und dran bist und nicht wirklich vertraust, dass dir dann auch das Nichtvertrauen entgegengebracht wird. Also es ist geradezu so, dass du das dann anziehst oder auch anziehen kannst. Das ist jetzt sehr vermessen, dieser Ausdruck, aber es hat tatsächlich etwas damit zu tun. Und insofern brauchen wir oft dieses Innocente, dieses Kindliche, geradezu dieses naive Vertrauen, dieses Urvertrauen den Dingen im Leben, den Prozessen im Leben gegenüber. Es braucht es einfach. Es ist so wie etwas vollkommen blank sein. Ich nehme mal diesen Ausdruck, blank sein oder nicht wissen. Nicht wissen, ja, auch in dem Hinsicht. Und wir gehen dahin und weil wir das Vertrauen haben, wird uns Vertrauen entgegengebracht und umgekehrt. Also es ist egal, in welcher Position wir das betrachten. Es ist also etwas Losgelöstes. Ich habe neulich ein Audio gemacht über den Vertrauensmissbrauch. Natürlich gibt es das genauso. Es gibt eine Menge Positionen, Kommerzialisierung, egal wo wir hineinschauen, wo unser Urvertrauen immer wieder benutzt wird. Und geradezu ausgebeutet wird, damit ich irgendwas einkaufe oder sonst was. Das ist ja noch harmlos in der Hinsicht. Da gibt es noch ganz andere Beispiele. Natürlich ist das so. Und das ist bedauerlicherweise so. Aber niemand schützt uns letztendlich oder nichts schützt uns letztendlich davor, dass wir immer wieder Vertrauen schenken müssen. Und Vertrauen schenken hat etwas tatsächlich mit Loslassen und Mut zu tun. Also wir könnten sagen, Vertrauen, Vertrauen schenken, etwas loslassen und den Mut haben zu springen und deswegen nicht zu wissen, nicht genau kalkulieren, nicht genau planen oder zielführend entstehen zu lassen. Braucht es immer wieder. Praktisch ist das Vertrauen und damit das Urvertrauen die Sache auch, die so wichtig ist, um Existenz überhaupt verwirklichen zu können. Wie oft habe ich in meinem Leben erlebt, dass ich nicht genau wusste, was ist jetzt? Und dann hatte ich einfach den Mut, weil ich zum Beispiel ganz schlichtweg, ich sage es mal so profan, die Schnauze voll hatte oder weil ich es nicht wollte oder weil ich vielleicht ungeduldig war, was auch immer der Anlass war, um zu vertrauen. Und tatsächlich, in vielen Fällen hat das funktioniert und ich bin dankbar dafür. Das ist ja auch das, was daraus dann auch resultiert, wenn man im Nachhinein dann sieht in der Retrospektive, dass es sich gelohnt hat, dieses Vertrauen zu geben und dieses Vertrauen zu machen, dann bist du dankbar dafür und dann stärkt das dein Leben, deine Lebenskompetenz, tatsächlich diese Möglichkeit, dein Leben zu entfalten. Und darum geht es ja immer wieder, das Leben zu nehmen. Zu nehmen, du schenkst dir das Leben, nicht, dass sich das Leben umbringt, sondern du schenkst dir das Leben. Du darfst es nehmen und darfst vertrauen, du kannst vertrauen. Und das gibt dir aber nicht die Garantie, dass das Vertrauen immer funktioniert. Das ist im Leben nicht so. Es gibt keine Garantien im Leben und wir hätten, Gott weiß wie oft, gerne Versicherungen und all das. Ja, du sagst mir aber absolut nicht, ich muss es absolut wissen, das geht nicht. Sondern du musst im Vertrauen tatsächlich als wichtige Essenz des Vertrauens loslassen und letztendlich das Vertrauen geben und den Mut haben, etwas einzugehen. Also ein Risiko, ein gewisses Risiko einzugehen. Das heißt ja nicht, dass das dann marodierende Abenteuer sind, die dich in Abgrund stürzen und andere Menschen, sondern schon in einem gewissen Kalkül. Aber so der letzte Schritt, der letzte Funke, die letzte Strecke, die braucht oft das Loslassen und den Mut und eben diese Kompetenz, Vertrauen schenken zu können. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du das tust und wenn jemand bemerkt, der einigermaßen klar drauf ist oder menschlich drauf ist, dass der das dann auch annimmt und sagt, oh, die hat mir jetzt Vertrauen geschenkt, dafür tue ich jetzt aber auch etwas. Das bindet ja, das macht ein Liebesbündnis geradezu. Oder jemand, der das nicht tut und wiederholt und wiederholt verletzt, ja mei, verlasse ihn, verlasse sie, verlasse diesen Ort, diese Umstände, das lohnt sich nicht. Die Welt hält viel mehr für dich parat, wo es dann tatsächlich so sein kann. Also halte dich in dem Sinne auch nicht immer wieder penetrant bei den gleichen Thematiken auf und scheitere dann und lass andere Menschen scheitern und scheitern und scheitern. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist einfach Schluss. Dann heißt es einfach nur Loslassen, Umdrehen, nichts tun in der Hinsicht weiter, sondern jemand oder etwas anderem das Vertrauen zu schenken. Das ist es oft was, was trägt. Wieder Vertrauen. Vertrauen schenken hat etwas mit Loslassen und Mut zu tun. Verlusten. JochenOTT Ich bin Ich bin